Guten Tag, meine Damen und Herren. In wenigen Tagen ist die US-Wahl und da entscheidet sich wirklich vieles. Elon Musk spricht davon, dass das Schicksal der westlichen Zivilisation davon abhängt. Und ich tendiere dazu, ihm zuzustimmen. Es ist die Frage, ob Krieg oder Frieden, ob Dritter Weltkrieg oder nicht. Da werden viele Dinge entschieden werden. Und natürlich werde ich Donald Trump wählen. Und Donald Trump führt auch in vielen Umfragen weit mittlerweile durch einige aktuelle Entwicklungen im Wahlkampf. Aber was ist, wenn er gewählt wird? Dann ist ja nicht alles rosig. Also ich bin klarer Trump-Wähler und das seit mittlerweile acht Jahren. Aber natürlich ist nicht alles gut, wenn er gewählt wird. Und auf diese Probleme möchte ich eingehen. Zunächst mal ein bisschen noch über Donald Trump. Er ist ein Immobilienmagnat. Der Vater war schon sehr reich. Der Großvater kam aus Deutschland. Seine Mutter kommt aus Schottland. Also er hat sehr europäische Wurzeln, aber er ist natürlich Uramerikaner. Und in den 80ern ist er relativ jung zum Milliardär geworden. Ist dann auch pleite gegangen Anfang der 90er. Hat Bücher geschrieben 1987, The Art of the Deal, Die Kunst des Deals. Und dann später The Art of the Comeback, Die Kunst des Comeback. Und auch Surviving at the Top, An der Spitze Überleben. Und dann hat er sehr lange die Reality-TV-Show The Apprentice gemacht. Neben seinen diversen Immobiliendeals und Golfplätzen und Hochhäusern, die er hat. Und war da auch sehr beliebt. Also vor der ersten Wahl 2016 hat Ruppi Goldberg ihn noch in den Arm genommen und so weiter. Und dann hat er aber früh 2016 sich gegen den militärisch-industriellen Komplex ausgesprochen. Auch gegen den Krieg in Syrien. Und dann ist der Deep State und sind die Mächte, die die Weltpolitik von den USA aus bestimmen. Also das sind keine dunklen Mächte. Man kann sagen, was es ist. Das ist eine Verflechtung eben, dass der militärisch-industrielle Komplex, wie ihn Präsident Eisenhower genannt hat. Mittlerweile der militärisch-industriell-digital-pharmazeutische Komplex. Also das sind noch mehr. Aber das sind halt starke Lobbygruppen, die das so wollen. Und dann haben alle im Wahlkampf schon 2016 sich gegen Trump gewendet. Und vorher war er sehr beliebt. Und seitdem ist das Land gespalten. Aber Trump hat das nur sozusagen reflektiert. Ich habe mich bereits im Frühjahr 2016 für Trump ausgesprochen. Vor 500 Leuten in der Wiener Messe, im Podium. Armin Wolf, der Chefreporter des ORF, war dabei. Ich habe gesagt, Trump ist mein Friedenspräsident. Und die Ukraine-Geschichte, der Putsch in der Ukraine war gerade zwei Jahre her. Und es gab Gelächter in der Messehalle. Aber ich hatte recht. Es gab keine Kriege unter Donald Trump. Er ist dann 2016 gewählt worden. Und dann ging es natürlich sofort los. Noch in der Zeit nach der Wahl und vor seinem Amtsantritt hat er sich sehr deutlich gegen den Deep State ausgesprochen. Und er musste vier Jahre lang überleben unter diesen massiven Angriffen. Es gibt gerade ein Interview mit dem sehr bekannten Podcaster Joe Rogan bei YouTube. Mittlerweile 40 Millionen Aufrufe. Er war ein paar Tage alt. Und das ist sehr direkt und sehr persönlich. Und der Joe Rogan geht ihn auch auf Augenhöhe an. Er sagt zwar Sir bei der Begrüßung, also werter Herr. Aber dann fragt er ihn schon sehr direkt. Und Trump hat gesagt, ja, die Wirtschaft war gut. Und dann kam Covid. Und ansonsten war ich auch damit befasst zu überleben. Und er musste ungefähr 10.000 Stellen auswechseln. Das ist normal in den USA. Wenn ein neuer Präsident reinkommt, werden 10.000 bis 20.000 Stellen ausgewechselt in Washington. Das nennt sich das Beutesystem, das Spoil System. Das ist von Präsident Jackson in den 1830er Jahren eingeführt worden. So versorgt ein Präsident seine Anhänger. Und er war damals ja auch völlig unerfahren, sagt er selber. Und hat auch ein paar schlechte Entscheidungen getroffen. Also die ersten vier Jahre war Trump sehr beschäftigt damit zu überleben. Die Angriffe der Medien abzuwehren und so weiter und so fort. Es war trotzdem vier Jahre, in denen Frieden herrscht. In denen ISIS kollabierte, in denen es der US-Wirtschaft relativ gut geht. Ja, 2020 ist dann das, was passiert, was passiert ist. Ich habe auch gewählt. Man hat mich im Wahllokal, das war eine Schule, wie in Deutschland auch, nicht nach meiner ID gefragt, also nach meiner Personalausweis oder sonst etwas, sondern ich hatte meine Wahlbenachrichtigung und damit konnte ich wählen gehen. Mittlerweile ist es so weit, dass der Bundesstaat Kalifornien ein Gesetz erlassen hat, nachdem die Kommunen nicht die Ausweise und die Identitätspapiere der Wähler prüfen dürfen. Das sei diskriminierend. Das ist natürlich absurd, aber man sieht, zu welchen Längen da Maßnahmen gegriffen wird, um die Wahl zu beeinflussen. Und zwar gegen Trump natürlich. Dasselbe ist damit, dass die Demokraten in den letzten Jahren an die 10 Millionen illegale Einwanderer ins Land geholt haben, zum Teil einfliegen, wie in Deutschland auch. Also dieses Geschäftsmodell macht Schule, weil sie sich dadurch erhoffen, dass in den Swing States, also in den Staaten, die auf der Kippe stehen, in den Bundesstaaten, die Wahl zu ihren Gunsten ausgeht. Über bestimmte Manipulationen darf man hier nicht sprechen. Da wurde man zumindest 2021 und 2020 sofort gesperrt auf diesem Kanal. Deswegen tun wir das hier auch nicht. Ich rate Ihnen da nur, sich selber zu informieren. Und wie gesagt, mich hat keiner nach meinem Personalausweis gefragt, als ich dann wählen ging. 70 Prozent der Deutschen glauben, dass Harris gewinnt. Da sieht man auch die Macht der Medien. Und das ist schon sehr erstaunlich, denn Trump hat, so wie es aussieht, einen weiten, weiten Vorsprung. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass Biden wirklich schwer dement ist. Es hat dazu beigetragen, dass Kamala Harris wirklich eine Nullnummer ist. Sie kann keinerlei kohärente Antworten geben. Mel Gibson war gerade auf dem Flughafen von einem Reporter gestellt worden. Und der hat ihn dann etwas verfolgt. Und irgendwann sagte er, she says dumb as a telephone pole. Also so dumm wie ein Telegrafenmast. Das ist natürlich drastisch. Aber wenn Sie wirklich mal in Englisch Ihre Antworten sehen, das ist gescriptet. Da ist nichts Originelles, während der Trump diese drei Stunden Interview bei Joe Rogan gut durchgestanden hat. Natürlich ist da auch Wiederholung und ist auch, der Mann ist 78, natürlich ist da auch nicht alles brillant. Aber der Mann ist da. Der kann antworten, der kennt die Leute, der hat Antworten. Also da ist schon ein Riesenunterschied, ob man das jetzt mag oder nicht. Also das ist völlig klar in den kognitiven Fähigkeiten ein gigantischer Unterschied. Trump sollte nach allen Voraussagen gewinnen. Ich blende hier mal eine Karte ein. Die roten Bundesstaaten sind die, die voraussichtlich an die Republikaner gehen. Die blauen sind die, die an die Demokraten gehen. Das sind die Farben jeweils. Harris hat eine Milliarde mindestens eingesammelt an Geldern. Und Big Tech spendet extrem viel für Harris. Die ganzen großen Meinungsmacher spenden für Harris. Und da kann man auch, wurde neulich ein Clip, ging viral auf verschiedenen Plattformen, wo jemand Alexa gefragt hat, why should I vote for Donald Trump? Und dann kam nichts. Wir machen das nicht, dass wir zu aktuellen Kandidaten was aussagen. Und dann hat sie gefragt, why should I vote for Kamala Harris? Und dann kamen viele positive, belobigende Ausführungen. Also man sieht ganz klar, wie extrem die Wahl beeinflusst wird, neben der aufgeputschten Stimmung, die wir sonst noch so haben. Ich habe bei YouTube jetzt noch gesucht nach den Videos, wo Trump ganz klar vorne liegt. Es wurde mir nichts reingespült. Ich musste vier, fünf Suchanfragen starten. Ich bekam immer nur, warum Kamala Harris die Wahl gewinnt. Die Wahlumfragen stehen gut für Kamala Harris. Also diese anderen Umfragen sind nicht zu finden. Man sieht, wie extrem die Beeinflussung auf Social Media ist. Und das ist natürlich schon besorgniserregend. Dennoch bin ich, gehe ich davon aus, dass Trump trotz allem gewinnen wird. Aber wir werden das sehen. Trump hat ein beträchtliches Team zusammengestellt, weil viele glauben, dass jetzt tatsächlich die Zukunft der Demokratie auf der Kippe steht. Ich habe gerade bei X was gepostet, dass ein Engländer, Tony Robinson, für fast zwei Jahre ins Gefängnis muss, weil er einen Dokumentarfilm gedreht hat über Missstände im Schulwesen, auch bei Migranten und so weiter. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Er sagt auch selber am Anfang dieses Dokumentary, dieses Dokumentarfilms, er habe Angst, dass er ins Gefängnis muss. Und jetzt muss er das wohl. So weit sind wir auch in Deutschland, sind Menschen im Gefängnis gelandet, ihrer Meinung wegen. Natürlich wurden dann andere Gründe gefunden. Und die Zukunft der Demokratie steht auf dem Spiel. An dieser Wahl hängt wirklich alles. Nicht nur der Weltfrieden wahrscheinlich, sondern eben auch die Meinungsfreiheit und die westliche Zivilisation. Das ist auch meine Überzeugung. Trump hat deswegen auch ein beträchtliches Team von Persönlichkeiten um sich gescharrt. Also Robert Kennedy Jr., der eigentlich aus einer urdemokratischen Familie kommt, immer Mitglied der demokratischen Partei war, hat sich auf Trumps Seite geschlagen. Dasselbe mit der Präsidentschaftskandidatin Tulsi Gabbard, die auch Demokratin war. Sie hat gesagt, die Demokraten sind die Partei der Reichen und der Kriegstreiber geworden. Und sie muss sich deswegen für Trump bekennen. Oder auch Vivek Ramaskwani, ein Amerikaner mit indischen Wurzeln, also die Eltern sind Inder, ein Unternehmer, der sehr klar und sehr deutlich spricht und der auch am Anfang kurz für die Präsidentschaftskandidiert hat. Also es kommen sehr viele unabhängige Leute zu Trump. Und Trump lässt sie machen. Also ich glaube, er ist gereift. Er merkt, dass er gute Leute braucht. Und er ist auch im Stadium seiner Karriere und seines Lebens. Der Mann hat alles. Und er hat über zwei Attentate überstanden, dass er sagen kann, diese Menschen hole ich mir in mein Team rein. Und als wichtigstes auch Elon Musk. Und auch da haben die deutschen Medien ein völliges Zerrbild. Elon Musk hat jetzt jeden Tag eine Million Dollar ausgeschrieben für Leute, die seine Petition für die Meinungsfreiheit und für die Verfassung unterschreiben. Also da ist nichts mit parteiisch und so weiter, sondern diese Petition muss unterschrieben werden und unter diesen Leuten verlost er. Damit will er natürlich Wähler mobilisieren und auch sensibilisieren. Ich könnte viel zu Elon Musk sagen, vielleicht mache ich da mal ein separates Video. Auch er macht jetzt mit im Moment aktive Kampagne für Donald Trump. Trump hat zwei Attentate überlebt in kürzester Zeit hintereinander. Und das erste war wirklich haarscharf. Da wäre fast sein Leben ausgelöscht gewesen. Er hat sich verändert, ich glaube das schon. Und noch einmal, ich gehe davon aus, dass er gewinnt. Aber was ist, wenn er gewinnt? Also die Gesellschaft ist ja extrem polarisiert. Und viele in Amerika glauben, dass Trump der Teufel ist. Dasselbe ist ja in Deutschland der Fall. Man sieht viele Videos, wie also Demokraten völlig emotionalisiert sind. Und das ist ein Phänomen, das leider in Zeiten wie diesen, wo die Weltkopf steht, wo man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, links und rechts, sucht man sich Feinde, zumindest einfache Gemüter und Freunde. Man sieht schwarz und weiß, man will Sicherheiten. Und das nutzen natürlich diejenigen, die im Trüben fischen wollen und polarisieren. Das ist nicht Trump selber. Wenn Sie Trump hören, er ist witzig, er kann auch brutal direkt sein, aber er ist sicherlich kein Hetzer. Er ist kein Hetzer. Und das ist aber so in den Köpfen drin und das ist schwer rauszukriegen. Das heißt, es gibt viel emotionalisierte Menschen und wir wissen nicht, was passiert, denn es stehen viele Leute hinter Trump. Zum Kapitol, zum Sturm auf das Kapitol sind ja auch viele Belege und Beweise mittlerweile aufgetaucht, dass da einiges anders ist als die offizielle Story, die man uns erzählt. Als ich bei der Wahleinführung oder Amtseinführung von Donald Trump im Januar 2017 in Washington war, auch auf dem Präsidentenball, sah ich am nächsten Tag viele Leute mit sogenannten Pussyheads, also pinken Mützen herumlaufen und das bezog sich auf Trumps angeblichen Sexismus. Und da waren wirklich Zehntausende, wenn nicht mehr und da waren über 300 Busse im Einsatz, also NGOs. Und die Demokraten und ihr Umfeld hatten diese Demonstration schon vorher organisiert, so wie jetzt gerade in Georgien ausländische Wahlbeeinflussung stattfindet und in Masse die EU-Vertreter und auch Vertreter der USA dort hingehen, um zu sagen, Georgien muss anders wählen. Also Wahlen sind nur dann der derzeit herrschenden Schicht genehm, wenn so gewählt wird, wie sie das will. Das heißt, es kann wirklich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen. Wir wissen es nicht. Und da hoffe ich, dass Trump sich die richtigen Szenarien, die richtigen Wege überlegt hat. Er hat ja selber gesagt, wenn er gewählt wird, gibt es die größte Massendeportation von illegalen Einwanderungen in der Geschichte der USA. Das ist richtig, denn diese insgesamt 10 Millionen, vielleicht sogar mehr, sind illegal gekommen, sind eingeflogen worden. Es ist auch klar, dass viele Straftäter darunter sind. Das ist jetzt mehrfach belegt worden. Also da können wir nur hoffen, dass er sich etwas überlegt hat, denn nach der ersten Wahl von Donald Trump vor acht Jahren ging es ja auch sofort los. Und im Übrigen hat Deutschland einen Exportartikel, haben wir noch, das ist die Antifa. Die gab es dann auch gegen Ende von Trumps Amtszeit in den USA sogar mit demselben Namen. Und es gab wirklich extreme Unruhen, aber von links, von Chaotik in den Städten der Westküste, Portland, Oregon und so weiter, da waren richtig große Anruhen. Und diese Unruhen sind ja auch nichts Neues in den USA. Die Gesellschaft ist schon lange tief gespalten, auch unter Obama. Wenn Sie sich erinnern und googeln mal Ferguson, da waren wochenlang Unruhen unter Obama in Ferguson. Mississippi, glaube ich, ist das der Bundesstaat gewesen, weil ein Schwarzer erschossen wurde durch einen Polizist. Das war unter Obama. Wie sieht es denn für Europa und für die Welt aus, wenn Trump gewählt wird? Trump sieht die Welt in Deals. Er macht gute Deals, er macht schlechte Deals, er nutzt auch die Schwächen aus anderer. Das schreibt er auch offen in seinen Büchern. Ich habe die Bücher ja gelesen. Er ist auch nicht dagegen mal seine Macht einzusetzen. Und das ist klar, seitdem er 1987 sein erstes Buch schreiben ließ, Trump, the art of the deal. Ich habe das Buch damals, Ende der 80er, von einem guten Freund geschenkt bekommen, als ich wieder in die USA ging, für meine zukünftigen Geschäftserfolge in den USA. Ich habe es bis heute mit Widmung und so lange begleitet mich Trump auch schon. Also Trump sagt, natürlich muss America first und jeder Regierungschef muss für sein eigenes Land sorgen. Und wenn er es nicht tut, ja, dann hat das Land Pech gehabt. Aber Trump, he looks out for his own people, his own country. Und das finde ich eine sehr gute Sache. America first, Germany first, Spain first, France first. Also wenn man, das heißt ja nicht nur die Interessen nach außen vertreten, sondern auch das Augenmerk auf die inneren Zustände richten und das Land in Ordnung bringen, vor der eigenen Haustür kehren, den eigenen Laden erstmal aufräumen, auch das heißt ja America first oder Germany first oder sonst was. Bevor wir uns um Demokratie in Russland kümmern oder in Georgien, sollten wir es erstmal zu Hause tun. Das heißt es auch. Gut, aber Trump wird natürlich die Macht Amerikas massiv ausnutzen. Er sagt immer wieder, dass zum Beispiel die Reservewährungsrolle des Dollar auf jeden Fall erhalten bleiben muss. Und ich bin gespannt, wie er dann reagiert, wenn er merkt, das ist nicht mehr der Fall. Mit dem BRICS-Gipfel und mit dem Verhalten Amerikas in den letzten Jahrzehnten ist Amerika kein vertrauenswürdiger Partner mehr in Augen der unabhängigen Länder. Deutschland, viele europäische Länder hängen so eng an Amerika und werden auch meinungstechnisch so eng an Amerika gekoppelt. Wir haben das ja in der Covid-Pandemie gesehen, Spiegelzeit, auch die Öffentlich-Rechtlichen, dass wir vielleicht da im Moment gar nicht loskommen. Aber Saudi-Arabien, Türkei, Türkei, NATO-Land hat einen Aufnahmeantrag in den BRICS gestellt. 13 Staaten wollen jetzt beitreten, das ist die Hälfte der Weltbevölkerung. Aufstrebende Länder, China, Indien, Russland, Brasilien. Die Ironie ist, dass BRICS, dieses Akronym Brazil, Russia, India, China, von einem Goldman Sachs-Analysten namens O'Neill im Jahr 2001 geprägt wurde. Also was passiert, wenn Trump merkt, er hat das versprochen, aber er kann es gar nicht einhalten. Amerika rutscht weg als Land mit der Reservewährung. Da komme ich später nochmal drauf. Er war auch jemand, also dieses Durchsetzen eigener Interessen, also im Wahlkampf hat er auch mal gesagt, jetzt ich war es, der Nord Stream geschlossen hat. Er hat Nord Stream natürlich nicht in die Luft gehen lassen, das war ein anderer, aber er hat gesagt, I was it to shut down Nord Stream. Das war auch unter seiner Amtszeit, dass da die Gerichtsprozesse anfingen, um Nord Stream dann zu blockieren. Also wir sollten uns in Europa da nicht zu viel verwarten. Wir können uns erwarten, dass er in Bezug auf Krieg und Kriegspolitik sehr viel besser sein wird als Biden und Harris. Aber auch da ist nicht alles einfach für uns. Er wird für sein Land sorgen. Das Thema, die Verbündeten zahlen nicht genug für die NATO, ist schon seit den 80er Jahren, seitdem Trump in den New York Times ganzseitige Anzeigen geschaltet hatte, ein Thema für Trump. Und auch damals wurde schon spekuliert, wird er mal Präsident oder so. Er hat das nie komplett dementiert, hat gesagt, eigentlich nicht. Da müsste es schon ganz schlimm um das Land stehen. Das war so immer seine Linie, bis er dann 2016 seine Kandidatur angekündigt hat. Also die Verbündeten zahlen nicht genug für die NATO. Was er natürlich in seinem Weltbild nicht sieht, ist, dass Europa schon längst eine Kolonie ist und dreifach und zehnfach zahlt für die NATO. Wir sind eine Datenkolonie, wir müssen unsere Daten abliefern. Selbst die Schweiz muss die eigenen Banken nach US-Gesetzen überwachen. Das ist ja diese unilaterale Anwendung nationalen Rechts. Also wenn Sie in einem Drittland als europäische Firma amerikanisches Recht brechen, können Sie in einem amerikanischen Gerichtshof dafür verklagt werden. Damit haben die USA einen riesigen Hebel. Wir sind eine Datenkolonie. Im Ukraine-Krieg zeigte sich, dass natürlich wir sehr wohl über die NATO zahlen. Also zu Beginn des Krieges haben Deutschland und Frankreich ein Kampfflugzeugsprojekt gestoppt. Wir haben die Dinger dann sehr überteuert in den USA gekauft. Es werden, wenn neue Länder der NATO beitreten, gibt es NATO-Standards. Und das sind zunehmend die US-Rüstungsproduzenten. Also Europa, es gibt auf viele Weise Vermögenstransfer aus Europa in die USA. Die Private Equity Firmen kaufen reihenweise die Patente auf, weil sie einfach die Macht und die Größe haben. MP3 wurde in Deutschland entwickelt und dann in den USA das Geld damit verdient. BlackRock ist größter Einzelaktionär in den meisten DAX-Unternehmen. Also wir zahlen versteckt viel, viel mehr. Und die Frage ist einfach, ob Europa es dann schafft, sich zu emanzipieren. Ich sehe dafür schwarz oder nicht so rosig, aber eine kleine Chance gibt es. Trump spricht darüber, wie er mit Präsident Macron verhandelt hat und wie Präsident Macron oder seine Regierung bestimmte Zölle erhoben hat. Und er hat dann Macron angerufen. Macron hat gesagt, das hat die Regierung schon so entschieden. Und Trump hat ihm gesagt, wenn diese Zölle bestehen bleiben, du hast eine halbe Stunde oder so, dann mache ich 100 Prozent auf alle französischen Weine und Konjaks und so weiter. Und Macron habe innerhalb weniger Minuten zurückgerufen. Das erzählt er so auf seinen Wahlkampfauftritten. Aber wenn dieses in der Form doch vereinfachte Weltbild funktioniert, ist eben auch eine Chance, dass Europa tatsächlich, dass der Druck zu groß wird auf Europa und dass sich die EU dann besinnt. Denn die Zollhoheit liegt bei der EU. Trump hat im Interview mit Joe Rogan den Präsidenten McKinley erwähnt, der Ende des 19. Jahrhunderts einem Attentat zum Opfer fiel, der sehr hohe Zölle erhoben hatte. Da war also tatsächlich Economic Nationalism, ökonomischer Nationalismus, wie der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon es nennt, war in Mode. Und Trump sagt, der Nation ging es damals so gut wie nie seitdem, in gewisser Weise relativ. Aber er ist also ein großer Freund von Zöllen. Dem ist auch nichts gegen einzuwenden, denn er ist da ganz bei Friedrich List, meinem Lieblingsökonomen, dem deutschen Ökonomen, der Anfang des 19. Jahrhunderts geschrieben hat oder etwas später, 1842, um genau zu sein, das nationale System der politischen Ökonomie. Friedrich List war nicht gegen Freihandel oder gegen Handel. Aber er sagt, ein Land muss seine Produktivkräfte aufbauen. Bildung, Erziehung, Wissenschaft, Infrastruktur. List war ein der Verfechter des großen deutschen Eisenbahnnetzes, als Vorreiter der deutschen Einigung und so weiter und so fort. Und das waren natürlich auch die Stärken Deutschlands. Bildung, Wissenschaft, auch Infrastruktur, Effizienz. Also das ist viel wichtiger als Freihandel. Und wenn Trump diesen Weg geht, naja, wenn es dann drei große Wirtschaftsblöcke gäbe oder mehrere, Europa, westliche Hemisphäre, China, dazwischen einige andere, die weiter miteinander Handel treiben, die aber an sich souverän agieren, wäre das vielleicht sogar eine bessere Welt. Ich habe das auf Seite 398 meines Buches Weltsystemcrash vor fünf Jahren schon beschrieben. Die Frage ist, wird es soweit kommen? Ich bin da eher skeptisch, aber ich schließe es nicht aus. Ich würde es mir hoffen, erhoffen, dass Europa da seinen eigenen Weg findet. Wir brauchen ja auch zum Beispiel einen Schutz der eigenen Hightech-Unternehmen, die schon lange quasi unter dem Kuratell der USA stehen und dieser einseitigen Rechtsanwendung, wo quasi die USA ihr Recht global durchsetzt, oder zumindest bei den Verbündeten. Trump wird sagt, dass er den Ukraine-Krieg sofort beenden könne. Das glaube ich ihm, dass er das meint. Und ich sehe auch da durchaus hohe Chancen, aber es ist auch nicht gesagt, dass das zu 100 Prozent funktionieren wird. Denn er wird Putin einen Deal anbieten. Und was ist, wenn Putin, der ein Meisterschachspieler ist, aber der natürlich auch, nachdem er jahrzehntelang dem Westen hinterhergelaufen ist, auch immer wieder Gesprächs- und Friedensangebote gemacht hat und von Zelensky auch immer wieder die Tür zugeschlagen bekommen hat. Oder eben auch im März 2022, nach den Friedensverhandlungen in der Türkei, wo die Umrisse eines Friedensabkommens oder eines Waffenstillstandes schon da waren und das dann durch Boris Johnson, den ehemaligen englischen Premier, verhindert wurde. Was ist, wenn Putin sagt, ich möchte den Donbass haben, der ist mittlerweile per Volksabstimmung russisches Staatsgebiet und kein Einfrieren an der Kampflinie. Im Moment sieht es so aus, dass Russland wirklich massive Fortschritte macht, dass die ukrainische Armee mehr und mehr kollabiert. Es ist ja schon seit eineinhalb Jahren so, dass die Schergen des Zelensky-Regimes die Leute von den Straßen runterfischen, also die Männer, jung, alt, und sie an die Front schicken, wo sie verheizt werden. Also grausame Szenen, die sich da abspielen, die man auch im Internet gut finden kann. Also die Ukraine kollabiert im Moment, hier gehen die Männer aus, Waffen helfen da nichts. Was ist, wenn Putin sagt, also diese vier Oblaste sind russisch, auch per Völkerrecht. Wir haben das anerkannt, ein paar andere Länder auch, ihr nicht. Und die brauche ich. Viele Zeitpunkte sind vorbei. Was macht Trump dann? Also ich bin mal gespannt. Und leider sind da eben auch einige Risiken drin verborgen. Trump ist 110 Prozent pro Israel, wie auch Robert Kennedy. Ich kann mir vorstellen, dass in seinem ersten Wahlkampf war es so, dass er da noch etwas neutral war am Anfang, aber dann 110 Prozent umgeschwenkt ist. Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt, Anerkennung der Annexion der Golanhöhen einseitig durch die USA. Das sind alles Akte in Trumps erster Amtszeit gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass er diese Baustelle, diesen Feind nicht auch noch haben wollte. Und der Nahe Osten ist natürlich hochgefährlich. Israel macht im Moment Dörfer und Städte auch im Libanon Platz. Da gibt es ja überhaupt keine Kriegserklärung. bombardiert vier Länder. Natürlich sind auch noch um die 100 israelische Geiseln in Gaza. Gaza sieht wie eine Wüste aus. Die Menschen laufen dazwischen rum. Also es ist ein fürchterlicher Krieg. Hat noch nicht so viele Opfer gefordert wie die Ukraine. Aber auch der müsste beendet werden. Auch hier durch Friedensverhandlungen, durch Waffenstillstand. Da weiß ich nicht, wie weit Trump und Netanyahu gehen werden, was dort, oder Netanyahu gehen wird und Trump das zulassen wird. Wahrscheinlich all the way. Aber was heißt das? Wir wissen es nicht. Die Situation dort bleibt brandgefährlich. Von daher gibt es auch mit einem Donald Trump erhebliche Risiken für die Weltwirtschaft, für Europa ökonomisch, auch beim Ukraine-Krieg, von dem er gesagt hat, dass er ihn beenden würde, gibt es durchaus noch Risiken und im Nahen Osten gibt es auch massive Risiken. Es wird nicht alles sofort wunderbar, wenn er gewählt wird. Es gibt noch die innenpolitischen Risiken von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Ich hoffe trotzdem, dass er es schafft. Nach meiner Ansicht ist es ein klarer Wahlsieg. Wir werden sehen, was dann die Wahlnacht bringt. Ihr Max Otter